Ja Leute, es gibt mal wieder ein paar Neuigkeiten, diese nur kurz und knapp. Morgen am 23.09. werde ich in Kooperation mit Simis Schrauber Channel meinen neuen PC zusammenbauen. Die Uhrzeit kann ich euch noch nicht genau sagen, das hat jetzt auch ein bisschen gedauert das Ganze abzuquatschen. Und ja, deswegen kann ich euch keine genaue Uhrzeit sagen, deswegen hat es ein bisschen gedauert. Aber auf jeden Fall, ich denke mal Samstagnachmittag, wahrscheinlich so gegen Stichzeit ca. 15 Uhr, wird ein Livestream folgen, an dem wir meinen neuen PC zusammenschrauben und ein bisschen was dazu erklären. Und ja, das wollte ich euch nur sagen, es gibt auch noch ein paar andere Neuigkeiten, keine guten, aber das werde ich ein anderes Mal behandeln, erst wahrscheinlich, wenn mein neuer PC fertig gebaut ist. Also, in diesem Sinne, wer Bock hat, schaltet ein und wer keine Zeit hat, der kann sich darauf freuen, dass die Highlights auch nochmal in einem extra YouTube-Video folgen werden, inklusive dann den Funktionstests etc. Auf jeden Fall, bis dahin sage ich schon mal, macht's gut, ich hoffe wir sehen uns und bis denne, macht's gut.